Hallo liebe Leserfreunde, ich bin gefragt worden, ob ich nicht mal ein Video über Gravureinstellungen machen kann. Wozu sie sind und wie man sie einstellt. Die All in One Einstellung gibt es leider nicht, da jedes Medium, jedes Bild und natürlich jeder Geschmack einzigartig ist. Anfangen möchte ich mit der Option der Bildeinstellung im Schnitteinstellungs-Editor der Ebenen. Mit einem Doppelklick auf die Ebene öffne ich den Editor. Ich gehe mal davon aus, dass die Einstellungen für Leistungen bekannt sind. Und beginne mal mit dem bidirektionalen Scan. Diese Option sagt an, ob auch auf dem Rückweg graviert werden soll oder nicht. Ist der Laser-Modus also aktiv, graviert der Laser nicht nur auf seiner Hinfahrt, sondern auch während der Rückfahrt zur nächsten Zeile. Dieses kann natürlich jede Menge Zeit sparen. Im Gegenzug ist diese Option deaktiviert, graviert der Laser seine Bahn und fährt diagonal zum Anfang der nächsten Zeile, ohne auf dem Weg zu gravieren. Negativ-Bild. Hiermit wird das Bild in ein Negativ verwandelt. Und wozu braucht man das? Gedacht ist dies für Medien wie z.B. Glas, Spiegel oder Schiefer. Überall da, wo das Ergebnis der Gravur heller werden soll als das Medium. Sonst sehen die Ergebnisse wirklich komisch aus. Overscanning. Wenn der Laser bei der Gravur so hin und her fährt, beschleunigt oder verlangsamt er in jeder Zeile zum Anfahren oder Stoppen. Wenn der Laser in dieser Zeit seine Leistung nicht genug verringern kann, kann es hier zu dunkleren Ecken oder Kanten kommen. Mit dem Overscanning fährt der Laser an den Enden einfach ein wenig weiter und schaltet den Laser aus, bevor er langsamer wird. Wenn das Laser-Ergebnis also dunkle Ecken oder Kanten aufweist, kann es helfen, hier ein wenig den Wert zu erhöhen. DPI. Gemeint ist die Auflösung einer Druckdatei. Während man bei einer Auflösung eines Bildes am PC von PPI, Pixel pro Inch spricht, ist die Auflösung beim Druck bzw. der Gravur des Lasers die Angabe DPI, die Dots per Inch. Hier sagt man auch Zoll, denn Inch und Zoll haben den gleichen Wert. Für die Gravur wird das Bild gerastert und in Punkte umgewandelt. Der DPI-Wert sagt dann aus, wie viel Punkte der Laser pro Inch machen soll. Je feiner also ein Punkteraster sein soll, desto höher muss auch der Wert für die Punktdichte sein. Der empfohlene Wert für eine Gravur liegt bei 300 DPI. Das wollen wir doch mal sehen. Denn es kann auch durchaus Sinn machen, den DPI-Wert zu verringern. Das kann helfen, ein Bild zu schärfen und außerdem ist dieser Wert für die Gravurzeit ausschlaggebend. Zeilenintervall in Millimeter. Der Zeilenintervall misst den Abstand zwischen dem Raster. Er steuert den Abstand zwischen den Gravurlinien. Da dieses die Höhe des Druckrasters ist, ändert sich natürlich auch automatisch der DPI-Wert mit. Mit dem Scan-Winkel kann man die Gravurrichtung ändern, in der der Laser das Bild abfährt. Ich nutze es gerne, um gegen eine Faserrichtung zu gravieren. Der Z-Versatz. Eine Z-Achse haben wir bei unseren Diodenlasern nicht. Dot-Wide-Correction. Bei dieser Einstellung kann man die Breite des Laserstrahls berücksichtigen und diese korrigieren. Ich habe dies noch nicht benötigt und überlasse es denen, die sich damit auskennen. Die Füllgruppierung. Hier dreht es sich um Effizienz. Welche Objekte der Laser zusammenhängend abarbeiten soll. Zum Einsparen von unnötigen Traversalzügen bei Leerräumen, sowie Richtungsänderung oder unnötige Zeit durch langsames Beschleunigen. Für ein einzelnes Bild ist dies nicht gedacht. Es macht es Sinn, bei mehreren Bildern in einer Gravur oder Vektor-Grafiken. Zur Auswahl stehen, alle Formen gleichzeitig füllen. Wie der Name schon sagt, werden hier alle Objekte einer Ebene gemeinsam graviert. Wählen kann man dieses bei schnelleren Gravuren mit vielen Objekten. So kann der Laser die meiste Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit verbringen. Gruppen gemeinsam füllen. Diese Option graviert Bereiche von Ebenen, die nah beieinander liegen. Gerade bei Motiven mit viel Weißraum ist dieses gut geeignet. Und mit der Option Formen einzeln ausfüllen, werden alle Objekte einer Ebene nacheinander bearbeitet. Die einzelnen Ebenen werden bei allen Einstellungen natürlich weiter nacheinander abgearbeitet. Die Bildmodis. Ich möchte sie Euch gerne an einem kleinen Beispiel vorstellen. Um aber den Schnittleistungs-Editor abzuschließen, nehme ich vorab noch die Reihe zu Ende. Die nächsten Punkte werden also teilweise erst klar bei der Nutzung der Bildmodis. Pass-Through. Möchte man ein Bild in einer anderen Software vorbereiten, gibt es in Lightpoint den Punkt Pass-Through. Aktiviert man diesen Punkt, wird das zu gravierende Bild nicht berechnet. Und die Bildmodi werden inaktiv. Die Gravur richtet sich dann direkt an die erstellte Auflösung des Bildes. Die Zellen pro Zoll. Dieses ist erst aktiv, wenn der Bildmodus Halbton gewählt ist. Wenn dieser gewählt ist, lassen sich die Zellengrößen für die Halbtonpunkte pro Zoll einstellen. Und mit dem Halbtonwinkel der Winkel für die Zellen. Mit der Anzahl der Durchgänge lässt sich die Anzahl, mit der der Leser den Auftrag für diese Ebene wiederholt, einstellen. Rampenlänge. Zur Herstellung von Gummistempeln gibt es den Punkt Rampenlänge. Aktiv ist er beim Bildmodus Schwelle und steht für die Länge der Rampen, mit der die Seiten der gravierten Merkmale ein- und ausgefahren werden. Da ich hiermit noch nicht vertraut bin, übernehme ich einfach mal nur die Beschreibung. Jetzt möchte ich euch den Bildmodus zeigen. Unter diesem Punkt ist die Auswahl der Gravurberechnung zu treffen. Mit den verschiedenen Typen wird das Bild durch unterschiedliche Formeln neu berechnet und gerastert. In Punkte, Linien und ihren Graustufen entsprechend unterteilt. Jede von ihnen verfolgt ihre eigene Berechnungsformel und bestimmt somit das Aussehen der Gravur. Im Anschluss daran zeige ich euch noch, wie sich die Leistung auswirken kann. Ich habe mir mal ein Bild aus meiner Jugend genommen und es in den unterschiedlichen Modus für euch graviert und möchte euch daran die verschiedenen Bildeinstellungen erklären. Bild anpassen. Um zu sehen, was die Bildmodus so machen, sie anzupassen und zu verfeinern, aktiviere ich mein Bild, gehe auf den Menüpunkt Werkzeuge und wähle den Punkt Bild anpassen. Hier findet man die wichtigsten Einstellungen zusammengefasst. Der Bildmodus wird in diesem Bearbeitungsfenster Verfahren genannt. Zellenbozoll, Halbtonwinkel sowie die Angaben für die Auflösung, die Möglichkeit das Bild in ein Negativ umzuwandeln und verschiedene Bildeinstellungen für Kontrast, Helligkeit, Gamma, Radius und Betrag. Kontrast und Helligkeit sind wohl selbsterklärend. Und der Gamma-Wert ändert die Helligkeitsinformation. Grob gesagt sorgt er so für eine feinere Abstufung zwischen den einzelnen Grauwerten. Radius und Betrag. Diese beiden Werte gehören zusammen. Sie sind für das Hervorheben von Kanten gedacht. Bei diesem Modus werden die Bereiche mit geringem Wechsel zwischen den Helligkeiten verstärkt. Dieses kann auch die Bildschärfe verbessern. Während man mit dem Radius die Größe des Bereiches bestimmt, wird mit dem Betrag die Stärke eingestellt. Außerdem eine Funktion zum Speichern und Laden der Einstellung, um zum Beispiel bei sich ähnelnden Bildern schnell seine Einstellung wieder hervorzuholen. Und wenn alles Quatsch war, ein Button zum Zurücksetzen der Werte. Bestätigt man das Bild mit OK werden alle Einstellungen in der jeweiligen Ebene in ihren Einstellungen abgeändert. Außerhalb dieses Menüs und wie schon vorab erklärt, sind die Einstellungen Farbumwandlung auch im Schnitteinstellungseditor vorhanden. Und die Bildeinstellungen können auch im Reiter Formeigenschaften eingestellt werden. Das Wichtigste in diesem Fenster ist für mich aber die Vorschau der beiden Bilder. Vorher und Nachher. Und die Größe des Bildes für die Auflösung. Das Fenster lässt sich bequem auf volle Monitorgröße einstellen. Das erleichtert die Ansicht. Mit dem Scrollrad der Maus kann ich das Bild zoomen und mit gedrückter linker Maustaste kann ich den Ausschnitt verschieben. Zunächst schaue ich nach der Auflösung und stelle die empfohlenen 300dpi ein. Mein Bild sollte natürlich mit 300dpi erstellt worden sein. Möchte man wissen, wie viel nun diese 300 Dots per Inch in Millimeter sind, teilt man die 300dpi durch 25,4. Die 25,4 stehen für den Umrechnungsfaktor, um von Inch auf Millimeter zu kommen. 1 Inch gleich 2,54 cm gleich 25,4 mm. Ergebnis 11,811 Dots per Millimeter. Der Zeilenabstand bei einer Auflösung von 300 springt dann automatisch auf 0,085. Und wie setzt sich dieser Wert zusammen? Ganz einfach. Man teilt die 25,4 den Faktor für Inch in Millimeter durch 300, da 1 mm Zeilenabstand 25,4 dpi ist. 25,4 durch 25,4 gleich 1. Ich gehe auch jede Reihe nach und beginne mit der Option Schwelle. Wenn man ein schwarz-weiß Bild möchte, ist man bei der Schwelle richtig. Man sollte das Bild aber vorab in einem Bildbearbeitungsprogramm vorbereiten und in ein schwarz-weiß Bild konvertieren. Der Bildmodus berechnet im Bild lediglich das Schwarz und das Weiß. Weiche Abstufungen der grauen Stufen entfallen. Das Bild ist rau geworden, die weichen Gesichtszüge sind ruppiger und die dunklen Augen wirken fast frech. Für ein charakterstarkes Bild wäre diese Option wohl geeigneter. Hier macht die starke Schwarz-Weiß-Trennung auch Sinn für Stempel mit der erwähnten Option Rampenlänge. Wie der Name OrderIt schon sagt, sind in dieser Berechnung die Punkte regelmäßig in seinem Raster angeordnet. Der Modi schaut, ob ein Punkt dargestellt wird oder nicht. Wenn jetzt verschiedene Grauwerte darzustellen sind, werden die Punkte einfach unterschiedlich eng nebeneinander dargestellt. Man erkennt deutlich, dass die Punkte einer Ordnung folgen. Die eng anliegenden Punkte wirken, als seien sie kleine Kreuzchen. Bei der Betrachtung von der Nähe ist diese Struktur auch zu erkennen. Hier liegt die Faserrichtung des Holzes horizontal und so wirkt das Ganze auch noch ein wenig horizontal gestreift. Bei Atkinson ist die Berechnung ähnlich wie beim Modus MIAVIS. Ein Vorteil ist hier, dass die Berechnung hellere oder dunklere Bereich etwas genauer berechnet. Zum Vergleich zeige ich euch später noch die beiden Gravuren zusammen. Die Gravur ist bei meinem Foto, wie ich finde, eine der besten. Aber das ist natürlich abhängig vom Motiv und dem zu gravierenden Material. Bei exakter gleicher Einstellung, nur verändertem Modi, war der Atkinson-Mode sogar noch ein wenig schneller. Dittering. Bei der Berechnung des Rasters für diesen Modus ist die Anordnung etwas schwerer zu verstehen. Das Raster besteht ebenso aus Punkten, die durch ihre unterschiedliche Dichte Abstufung darstellen. Gelesen habe ich, er sei geeignet für Bilder, die gleichmäßige Abstufung haben. Da mein gewähltes Bild dieses hat, ist auch hier das Ergebnis eine gute Wahl. Aber durch die nicht zu durchschauende Anordnung sind die gesetzten Punkte in der Gravur, wie ich finde, im Gegensatz zum Atkinson, etwas wilder. Stucki ähnelt ebenso dem Bildmodus Javes. Die Gravur vom Stucki habe ich in verschiedenen Leistung- und DPI-Stufen erstellt, um den Unterschied deutlich zu machen, dass nicht nur der Modus selbst dafür verantwortlich ist, wie das Bild am Ende wird. Die Gravur ist vielleicht ein wenig ruhiger als Jahwes und eignet sich ebenfalls für Bilder mit gleichmäßiger Abstufung. Durch einen Gravurfehler auf allen Beispielen hat er mich aber nicht überzeugen können. Jahwes. Es heißt, es sei die beste Wahl für Bilder mit gleichmäßigen Abstufungen. Mir fällt persönlich schwer, die Wahl zwischen Jahwes und Atkinson zu treffen. Die Gravurergebnisse waren recht ähnlich. Atkinson ging mit helleren Flächen sensibler um in der Berechnung. Aber auch das Dittering kommt in Frage. Auch wenn es die Auswahl für den richtigen Modus damit nicht einfacher macht, bleibt die Wahl von Jahwes immer eine gute. Die Option Newsprint ist ebenso einer meiner Favoriten. Wie der Name sagt, berechnet dieser Modi das Bild in Raster- und Punktdarstellung als Annäherung an einen Zeitungsdruck. Hier ist für eine gute Abstufung gesorgt und wie man sieht bilden die zusammenhängenden Rasterpunkte immer ein kleines Muster. Das Muster ist auch gut in der Gravur zu erkennen. Hier ist das Bild mit Vergrößerung für euch dargestellt. Das Original misst gerade 8 x 11,5 cm. Betrachtet man das Bild also nicht aus direkter Nähe, ist das Bild sauber und gut zu erkennen. Die weichen Züge der Abstufung und das Gefühl an das Originalbild sind hier wirklich gut getroffen. Halbton Beim Halbton verhält es sich ähnlich wie beim Zeitungsdruck. Hier lassen sich die Zellen pro Zoll und die Halbtonwinkel verändern. Die Muster des Rasters kann man gut in der Gravur erkennen. Gerade im Fang- und Schläfenbereich ist das Muster fast schachbrettartig. Natürlich lassen sich hier, wie auch bei allen anderen Modis, feinere Einstellungen treffen. Ich möchte euch nur die Funktion des Modus zeigen. Im Gegensatz zum Newsprint bei gleicher Geschwindigkeit und Leistung ist der Halbton-Druck durch meine gesetzten Werte der Zellen pro Zoll sehr viel blasser. Und wie auch schon im Schnitteinstellungs-Editor gezeigt, lassen sich auch dort die Punktgröße und der Winkel einstellen. Sketch Sketch Dieser Modus versucht mit seiner Berechnung harte Kanten zu erkennen. Verstärkt diese und erzeugt so etwas wie eine Strichzeichnung. Bei starken Kontrasten zur Stilisierung und Konturbildern bestimmt ganz nützlich. Für mich wirkt dieser Modus auf meinem Bild allerdings etwas befremdlich. Graustufen Eine sehr schöne Methode Graustufen zu gravieren ist der Modus mit gleichem Namen. Mit diesem Modus wird das Bild in ein durchgängiges Linienraster unterteilt. Die Grauwerte werden durch unterschiedliche Leistung dargestellt. Mit Maximal und Minimal kann der Wert der Laserleistung der zu gravierenden Linie eingegrenzt werden. Ist in der Vorschau das gesamte Bild schwarz, muss die Option für die Schattierung nach Leistung aktiviert werden. Der Grund dafür? Die Vorschau macht keinen Unterschied in der Laserleistung und da das Linienraster schließlich den gesamten Bereich des Bildes graviert, ist alles schwarz. Gravurleistung Ich habe den Bildmodus Stucki gleich mit mehreren Leistungsstufen graviert. Ähnlich am Parameter-Test habe ich ihn mit 30, 40 und 50 % Leistung mit 300 dpi gemacht. Bei den Beispielen ist schön zu sehen, wie das Bild immer gleichmäßiger wird. Die Variante mit 30 % weist starke Lücken auf und ist streifig. Wie erwähnt hatte ich bei diesem Modus durchgängig ein paar unschöne Fehler. Als würde sich die Leistung abrupt verändern. Da ich dieses bei keinem anderen Modus hatte, lasse ich meine Spekulationen dazu mal offen. Ich habe die Gravur mit 150 dpi wiederholt. Hier ist schön zu sehen, dass die Gravur mit einer stärkeren Leistung von 60 % heller ist und die Kontraste, die Feinheiten im Gesicht deutlicher zur Geltung bringen. Die aufgelockerte Gravur ähnelt einer Bleistiftgravur und die Farbe gleicht einem Grau. Auch wenn ein deutlicher Leistungsbruch zu sehen ist, entspricht das Bild mehr dem Original. Zum Schluss habe ich noch meine drei Favoriten nebeneinander gestellt. Hier zeige ich euch auch schön, dass ein Bild längst nicht mit 300 dpi graviert werden muss. Für eine schöne Gravur gibt es wohl keine perfekten Werte. Die Wahrnehmung für ein Bild ist subjektiv. Leistung, dpi, Geschwindigkeit und das Material auf dem man graviert ist entscheidend. Was mir am meisten aufgefallen ist bei allen Gravuren, dass die Gefühlswahrnehmung zum Originalbild mit den Einstellungen stark unterschied. Aber auch das ist wohl wieder etwas, was ihr lieber selbst entscheidet. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr könnt eure eigenen kleinen Kunstwerke machen. Vielleicht hilft es euch ein wenig zum Nachschlagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid und klar, ihr dürft auch ein Abo dalassen. Dicke Regenküsschen.